Gelenkschmerzen können viele Ursachen haben Meist liegt eine Entzündung zugrunde, die dafür sorgt, dass das Gelenk anschwillt, sich erwärmt und schmerzt. Dann kann dieser Schick deinen Körper bei der Heilung unterstützen. Meist steckt hinter Gelenkschmerzen eine Arthritis. Bitte nicht mit der Arthrose vergleichen. Eine Arthrose ist Gelenkverschleiß ohne Entzündung. Eine Arthritis ist immer mit einer Entzündung des Gelenkes verbunden. Typische Symptome einer Arthritis sind neben den Schmerzen daher auch eine Erwärmung der betroffenen Gelenke, Schwellung und auch Rötung des betroffenen Bereiches. Es gibt verschiedene Ursachen für Arthritis. Am häufigsten sind Rheuma, bakterielle Infektionen, zum Beispiel nach Operationen und Gicht. Allen Formen ist jedoch der Schmerz gemeinsam, gegen den nicht nur Tabletten aus der Apotheke helfen. Versuche doch einfach, mit diesem wirklich leckeren Shake deinen Körper bei der Heilung zu unterstützen. Er ist schnell zubereitet und schmeckt besonders gut zum Frühstück. Wir erklären dir zunächst die Wirksamkeit der einzelnen Zutaten. Die Ananas enthält das Enzym Bromelain, das Entzündungen lindert und Schwellungen zurückgehen lässt. Daher wird dieser Wirkstoff auch oft nach Zahnoperationen oder kieferchirurgischen Eingriffen empfohlen. Um die nötige Menge an Bromelain aufzunehmen, muss man schon sehr viel Ananas in den Speiseplan integrieren, aber es gibt den Wirkstoff auch konzentriert in Tablettenform zu kaufen. Wer nur gelegentlich unter Gelenkbeschwerden leidet und Entzündungen und Schwellungen vorbeugen möchte, integriert einfach Ananasprodukte wie Ananassaft oder frische Ananas, Bitte nicht gezuckert und nur ungerzuckerte Dosenfrüchte In seinen täglichen Speiseplan Ein Bestandteil im Ingwer hemmt ein Enzym, das bei Schmerzen im Körper aktiv wird. Ist dieses Enzym gehemmt, sind die Schmerzen abgemildert. Das Prinzip funktioniert wie bei einer Schmerztablette, nur etwas magenschonender und natürlicher. Bestandteile des Ingwers wirken besonders gut gegen Muskelschmerzen, aber auch bei leichten Kopfschmerzen und Rheuma, da Ingwer auch entzündungshemmende Eigenschaften hat. In Kombination mit der schmerzstillenden Wirkung wird Ingwer besonders gerne in der Therapie von Rheuma und Arthritis eingesetzt, da durch Ingwer-Schmerzen verringert und Entzündungen gehemmt werden. Ein in Deutschland eher unübliches Gewürz wirkt ebenfalls entzündungshemmend. Es handelt sich um Kurkuma, das auch Gelbwurz oder fälschlicherweise Safranwurzel genannt wird. Du bekommst es meist gemahlen als exotisches Gewürz. Kurkuma färbt Speisen intensiv gelb und ist dabei wesentlich billiger als Safran. Der Geschmack ist mildwürzig, weswegen du ihn gegen Arthritis gerne großzügig zum Würzen benutzen kannst. Die entzündungshemmende Wirkung bei Kniearthritis wurde sogar durch Studien bestätigt. In Studien wurde das entzündungshemmende Potenzial der Omega-3-Fettsäuren erforscht und gegen Gelenkentzündungen wie Arthritis, Rheuma und auch entzündliche Darmerkrankungen und Esthmer empfohlen. Omega-3-Fettsäuren sind in besonders gutem Fettsäurenverhältnis in Leinöl enthalten. Das durch geschicktes Marketing viel gepriesene Olivenöl enthält dagegen so gut wie gar keine Omega-3-Fettsäuren. Öle mit hohen Omega-3-Fettsäure-Anteilen sind außerdem, Chieröl, Hanföl, Walnussöl, Rapsöl und Sojaöl. Fetter Seefisch enthält auch Omega-3-Fettsäuren, jedoch in deutlich geringerer Konzentration wie oben genannte Pflanzenhülle. Rezept für den Schick gegen Gelenkschmerzen Schäle die Ananas und schneide sie in Stücke. Ist dein Blender stark genug, musst du den Strunk in der Mitte nicht entfernen. Arbeitest du mit einem Pürierstab, entferne den harten Strunk in der Mitte der Frucht und nimm die ganze Ananas, um etwa die gleiche Menge zu erhalten. Schäle den Ingwer und schneide ihn in Würfel. Gib dann alle Zutaten zusammen in einen Blender oder Standmixer oder ein hohes Gefäß. Gib Wasser nach Geschmack hinzu und püriere so lange, bis ein semmiges Getränk entstanden ist. Du kannst nach Belieben noch mehr Kurkuma und Ingwer dazugeben, das ist Geschmackssache. Der Shake passt gut zum Frühstück und bringt eine gute Portion Ballaststoffe mit, die für eine gute Sättigung sorgen, deine Verdauung anregen und viele weitere Gesundheitsvorteile mit sich bringen. están Untertitelung des ZDF für funk, 2017